hey leute und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal namens lead nomad ich bin der dominik und heute machen wir weiter mit job simulator in VR das letzte mal haben wir im schlechtesten restaurant gearbeitet dort habe ich schon mal gekündigt und die kassette ist auch schon mal fertig gespielt und heute habe ich mich dafür entschieden im kiosk als kiosk mitarbeiter arbeiten zu müssen we love job we know und hier haben wir nämlich 16 aufgaben ok natürlich beginnen wir wieder von ganz vorne und es gibt wieder mehrere teile von job simulator dies war nicht vom gourmet chef sondern vom kiosk mitarbeiter und bevor das video startet wollte ich euch noch eins loswerden zwei sachen loswerden eins zwei vielleicht zwei kann sein zwei doch zwei 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 sachen zwei sachen also das erste ist es wird mich riesig riesig freuen wenn wir dieses jahr noch mindestens 100 bis 200 abonnenten erreichen würden das wird mich richtig richtig freuen an der stelle wenn euch meine videos gefallen dann haut auf den abo button denn für eure unterstützung bin ich euch sehr dankbar das zweite was ich noch loswerden wollte ist neu bin ich ab sofort bin ich jeden sonntag abend live auf twitch mein twitch account ist unten in der video beschreibung verlinkt und nicht zu vergessen instagram auch an der stelle ich bin nicht langer fackeln starten wir rein let's go ich habe ja so viel platz jünger ich kann bisher hinten das war meine hand ich lasse gerade diesen move controller bambeln hier das fängt jetzt aber gut an sowas muss ich machen aufräumen ja dann einmal weg hier mit der scheiße okay schade let's make it so want to turn on the security camera so you can keep an eye on the store ach die muss ich sogar benutzen na dann ja schwierigster job ever oh oh hallo hallo ach du scheiße woher kommt denn die hihihi hihihi good afternoon human hii highi chips hihihi ach du scheiße come an il so nahe halle so am i here okay ok yeah could i also get one of those meat cylinders please hot dogs are in the freezer make sure you heat them up at least a little bit Aha. Oh, Freezer. Oh, Burrito. Mögen sie auch ein Burrito? Nee? Okay. So. Trickshot. Na, schon Hunger? Hören sie das knisten? Scheiße. Ganz ruhig, meine Liebe. Vielleicht noch ein bisschen Sämt? Ketchup? Vielleicht? Ein bisschen? Komm schon, sag es mir! Egal. Okay. Kabatoba. Guten Appetit. Bank's a bunch. Bank's a bunch. Okay. To finalize the sale, hold the lever on the register. Mmh, lecker. Für was sind eigentlich diese Knöpfe? 2899. Sag jetzt nicht, dass es da echt... Okay. Bitte 2899. Botcash, danke. Komm schon, gib mir ein bisschen trinken. Das kann ich gut gebrauchen. Hab ich ja schon. Ups. Wie viel die echt wert sind, ne? Hier in Botland. Bitteschön. Ich gebe mein Bestes, das hier zu überstehen, ne? Los geht's! Hallo, da her. Hallo. Hi. Zwei, man. Will you kindly put those in a back? Ah, yes, much better. I'll take one of those frozen slushy delights. Slushy? Natürlich. Ne. Ah, hier. So. Oh, die Zeitung. So. Blau oder? Anscheinend blau. Dumme Frage. Would you kindly jumbo size that? Da muss ich... Vergrößern? Wie dat denn? Ja. Natürlich. Oh, I love the taste of sugar! Ah, ja. Bitteschön. Komm schon. Sonst seid ihr auch sonst schon so dumm, aber für das seid ihr nicht so dumm? Könnt mich doch alle mal her. So. Man, 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 man. So. Et voila. Oh, you're very good at standing. Now, would you pass that to me? Was? Geh ne doch. Voll, ne? Ich leh diesen Knopf. Loot? Hä? Kausha! Jawoll. Was ist das? Oh, Preis mal zwei. Oh, ha 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 ha. 9292, bitte! Warum gibt man mir eigentlich noch immer... den gleichen Schein hier. Ist der wirklich so viel wert? Aber, okay, meins? Meins. Juhu, let's go! Hallo, wie geht's? Du Schnurgel-Puzzle-Dur. Oh Gott, die ist eine alte Dame. Ich hab nix getan, ich hab nix getan. Yesterdays News, Junge! Ihr seid also die Zeitungen von gestern betrachten. Bitteschön! Wenn sie für euch neu sind. Ich nehme mein tägliches Lotterie-Ticket auch. Lotterie-Ticket. Lotterie-Ticket. Oh, guck mal da! Hm. Ich könnte wetten, sie wollen reich sein. Eine Million ist okay? Ja? Ach so. Bitteschön. Sehr gerne, meine Liebe. Damen. Oh. Das hast du verkackt. Also, ich werde noch umringen. Nimmst du sie mit, bitte, ne? 4.599, bitte. Hier mit der Kohle hier. Das ist aber nur für eine dreistellige Zahlung zu verwenden. Sie müssten wir da nur... Sie wissen schon? 4.000 noch herblättern? Nein? Nein? Okay. Danke fürs Trinken, ne? Auch so. So, weiter geht's. Schade. Ich bin getroffen. So, ich bin like, yeah, bro, it's a buyer's market. Hallo. Crazy, you know? And what are you talking about? No, no, I'm talking to you. No, you. Yeah, you. You got that hat-talk already? Pack das Telefonier mal weg. Ey, gib her. Gib her. Oh, Mann. Mit wem redest du, du? Botzone, du. Oh, hallo, Zeitung. Na, gebratete Zahlung, gefällig? Ne? Okay. Senf, Ketchup? Halt die Frösse! Du zahlst den Senf. Nur wegen dir. Ach, du brauchst auch so. Hier. Kannst... Ah! Wow. Took you long enough. No, not you. 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 Ähm... Danke. Hey! No, we're talking to you, bro. Botze dich einfach, ne? Botze dich! Oh Gott, Junge. Du, Botzo, du. Alter. Oh Gott. So. Äh, stimmt eigentlich, dass ich mit dieser Kasse nicht? Oh, hallo. Put that nice, healthy banana up there for the human. Sehr gesund, ne? Sehr, sehr gesund für einen Mensch wie mich. Oder? Moment. Ich hab keine Eier! Darf ich die behalten? Ist intim. Ist wirklich intim. Nee? Nee? Okay. Wie langsam die Welt da hergucken. Oh Mann, ey. Botzu. Okay. Okay. Sugar. 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 Gimme sugar! Das dachte ich mir definitiv. Kinder wollen doch Zucker. So, hier. Yummy! More! More! Conflex gefällig? Zweimal? Ja? Das geht auf deinen Nacken. Nimm! Du warst schon. Ähm. Ups. Sie ist wirklich gesund. Ihre Banane hat sie schon aufgegessen, ne? Siebt. Wie viel jetzt? Was hast du mit meinem Darlene getan? Komm zurück hier! Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Huch. So. Oh nein, wir haben keine Zeit mehr. Oh nein, wir haben keine Zeit mehr. Oh scheiße. Was ist das? Okay, kann man hier überhaupt einen Kaffee machen? Ne? Okay. Schade. Hab Durst. Moment, ich weiß, wie ich den Durst besiegele hier. Geht mal her, her! Oh ja. Oh, Bro! Yeah! Da was geht! Oh ja, Energie! Yes! Woo! Joombo, okay. And... Shit. Oh no! Ich muss das aufnehmen. Ups. Oh man, dieses Spiel macht mich fertig. Ey, was geht's eigentlich in meine Höhe? Geh wieder hoch. Hoch. Geht doch. Fick dich. Botch dich. Ganz langs. Nein, 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 nein. Nein, nein. 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 Nein, nein. Es muss groß wirken. Ah! Hilfeschrei. Okay. Display. Okay. Oh man. Yeah, that's the one. Let's max this thing out. I gotta run to the bathroom, so... Ah. I can't help you to really push the envelope on this thing. Warte mal. Muss er noch... Okay. Okay. So. Und... So. If you're all done, just hit that button and let's lock this thing in. So. Jawohl, das funktioniert, der Ernsthaft. Ah! Alter! Hi. Jetzt war... Das war ganz ehrlich. Hast du jetzt... Jetzt die Toilette vollgeschissen, oder hast du dir eine runtergeholt? Oh, Junge. Vielleicht das zum Cleanen hier. Hier, fang! Ja, wasch ihn nur. Oh, Mann, ey. Schmeckt richtig gut, Junge. Ich kann nicht mehr. Yeah, Bro, man sieht sich. Bye. Jürgen, dieser Jeff gibt mir den Rest. Und jetzt rede ich fast wie ein Amerikaner. Rest. So, mit dem nächsten Auftrag geht's in der nächsten Folge weiter. Nicht zu vergessen, den Abo-Button zu drücken. Denn, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, ich wäre richtig, richtig dankbar, wenn wir dieses Jahr die 100 bis 200 Abos erreichen würden. Erreichen könnten. An der Stelle bedanke ich mich bei allen, die bisher hier geschaut haben. Bis hierher geschaut haben. Twitch und Instagram sind in der Videobeschreibung verlinkt. Man sieht sich beim nächsten Mal. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.